Was ich jetzt bekomme, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hier muss man natürlich ausweichen, dass man sich nicht drinstehen. Das sind Fläschenschaden und... Hier muss man aufheben, die Sperre. Und warten, bis er kommt. ich bin auch schon schon mal lieber eine jahre schlange auf das lädt immer noch auf ich kann diesen zauber noch nicht wirken muss man auch nicht unbedingt drinnen stehen diese platte habe ich nicht immer noch die bekleidung noch ein ich kann noch mal natürlich trinken weil ich ja doch viele habe so und ich brauche unbedingt ein neues mikrofon da das ist ein bisschen knirscht das stört mich oder ich müsste es mal besser polstern zusammenkleben oder sowas dann müsste ich mir so knirscht das lädt immer noch auf das ist natürlich verteilt Zauber noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das geht so schnell hier. Ich nehme die Jadeschlange wieder auf. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. So, wie weit bin ich jetzt mittlerweile mit dem Beruf? Respekt war immer noch. Ach, Vince kraft ist drauf, aber das ist platte. Ja. Vor dem grimmigen Schlechter verleiht mir eure Macht. Ich will hoffen, dass ich diesmal jetzt... Ich will hoffen, dass ich diesmal jetzt... ...ein einem rendern kann, weil ich weiß nicht... ...das hat irgendwie nicht geklappt. Den Pope habe ich getötet. Schon mal gut. So, jetzt geht man einfach nur durch diese Treue durch. Gebt dann die Quest ab. Und jetzt ist es auch schon erledigt. Schön. Und da müsste man dann schon... ...flash hier stehen. Oder... ...ja, vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht hier. Ja, was wäre mein... ...Tank? Genau, wie das hier. So. Lege ich das natürlich an. Oh ja, das lohnt sich auf jeden Fall jetzt. Das lohnt sich. So was war das andere Teil. Ah, ich kann nicht mehr. Als was einfach nichts. ...Schulter. Ach so. Ich zweimal. Blätter war das, oder? Ja, schade. Jetzt habe ich das. Jetzt habe ich eigentlich soweit alles gemacht. Ja, da würde ich erst mal sagen. Ich gehe jetzt wieder nach Sturmwind. Sowieso sowieso ist es jetzt. Schau mir die Aufnahmen an, ob ich das jetzt diesmal rendern kann. Und... ...kaufst du dir was Bestimmtes? Kaufst du dir schnell was? ...Musik... ... phen frequently is. Ich weiß nicht, wie es bei einem Tank ist, aber da gehe ich glaube ich eher auf Waffenkunde, dass es quasi mehr ausweicht. Schulter. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich bei euch, wünsche euch einfach noch einen schönen Tag, wir sehen uns, bis dann, tschüss.